So, mit 16 Seiten fertig anbauen, einen Zacken noch reinschmeißen und dann geht's schon los. So, mit 16 Seiten fertig anbauen, einen Zacken noch reinschmeißen. So, mit 16 Seiten fertig anbauen, einen Zacken noch reinschmeißen. So, jetzt geht's. Ich könnte mich gerne begärten, ich freue mich. Okay, du machst. Ich freue mich. Das ist aber sehr ungewohnt. So, daneben hier sind übrigens die leckeren Schorn-Erdbeeren. Ich freue mich schon wieder nächstes Jahr noch. So, jetzt noch eine kurze Erklärung zum Deutz. Für alle, die keinen Deutz haben oder noch nie mehr gefahren sind. Also hier sieht man eben ein Lenkrad, ganz normal. Vorwärts, rückwärts der Hebel. Hier habe ich natürlich die Gangschaltung. Ich fahre meistens mit dem zweiten Gang. Und habe dann hier hinten, dass ich dazu, dass ihr sehen könnt, hier unten diesen Knopf. Der ist dann das Handgas, dass ich die ganze Zeit am Gas stehen muss. Genau, der grüne Knopf, der lässt das Gerät hinten runter, die Sähmaschine. Und hier vorne habe ich den Hebel hier. Ja, was gibt es noch zum sagen? Ja, ganz wichtig natürlich der Spurreißer. Das ist dieser Knopf hier. Da muss ich immer schauen, dass ich abwechselnd... Also ich fahre mit eins hin, mit zwei zurück, mit drei wieder hin und mit null zurück. Das ist dann die Fahrgasse. Ja, da habe ich da hinten das Gerät dafür. Das werde ich gerne hier anschauen. So, da kann ich quasi einstellen, falls ich mal mit der Spur nicht zurechtkomme, Und dann kann ich das noch vorstellen, dass ich mit der richtigen Spur fahre. Genau, ja. Also hier gerne eine Rundum-Ansicht von Deutz. Unten die Sähmaschine. Genau. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Könnt ihr mir auch schreiben, ob ihr selber in Deutz fahrt oder ob ihr schon mal auf einem gesessen seid. Ja, würde mich freuen. Ja. Am ersten Mal ist es für den Kommentaren. Challenge. Das andere Mal ist so ziemlich der Schwierignste in der Frankfurt. Genau! Von der Autos und Fell im Morgenlicht. Die Autos ist sehr gut. Von der Fotos und Beide. 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 Von der Fotos. Von der Fotos und Beide. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020